So, sammelt euch mal alle. So, wie schaut's mit der Bedienung jetzt aus? 64. Österreich. So, ich hätte gern das da noch. Geht das? Kann ich das entnehmen oder das? So würde es geben. Richtig noch ein bisschen mehr Belagerung. Aufwärter über einen Handelsschutzkrieg. Versprecht ein Krieg über einen Handelsschutzkriegsgrundsorgen, um die Vorfreiwehr in der Beländnis in den nächsten 5 Jahren auszurotten? Äh, nö. Warum sollte ich? Die Steiermark ist ja feisig. Da ist ja gar keiner da rauf gewesen. Das geht aber nicht. Hm. Und die nächste Tastung gefallen. So, jetzt dürften sie aber aufgeben. Immer noch nicht. Sag mal. Hm. Ich hätte hier schon gern. Jetzt kann ich mir auch das nächste Mal holen eigentlich. Und das auch so machen. So. Ja, ich weiß. Jetzt bin ich mir ein bisschen überdehnt. Das haben wir gleich. So. Ach, Ulm, warte. Äh, kommen wir nicht ran. Salzburg geht aber. Ach nee, das war ja das Hauptziel. Pfalz meine ich natürlich. Das mit Ulm ist jetzt doof. Das mit Ulm ist jetzt doof. Über den Krieg stand, ne? Also mein Spanisch Frankreich ist jetzt eher Süddeutschland. Ähm. Wohohohoho. So, mein Spanisch Frankreich ist jetzt eher Süddeutschland. So, dann muss ich mal die Leute neu verteilen Wie heißt das? Sundgau Berner Äh, das ist alles Spanisch Augsburgo Oh, keiner Oh Ihr Schweine Könnte ich Ihnen was anderes geben? Wie schaut es aus jetzt mit meiner Überdehnung? Ach, nie, oder? Na toll Das ist jetzt unmünstig Bomber Kann ich Ihnen auch hit 2 oder so, dass es geht? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee Ah, Lamberg 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 würde gehen Aber Augsburg ist schon zu viel Huch Huch Äh Alto Palantino Traubing So, ich schaue es jetzt aus Ja, so passt das Ja, so passt das Stimmt, das ist doof Kann ich die nicht Dingsen Dingsen Wie nehmt man den? Wie nehmt man den? Germanico Germano 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 Germanico Was heißt der in Deutschland auf Spanisch? Alemania, oder? Glaube ich Ich meine, na schon Besitzer Besitzer Spanisch Alemania Was ist doch irgendwie so Was nur nicht geschrieben wird Sehr schön Irgendeine schöne Farbe Ein schönes Wappen Schöner Adler Ein bisschen der Farbe Was gelbes Und weiß Oder rot So, oder? Ah Oh Falsche Farbe Äh Äh Das war die falsche Kappenfarbe Äh So So Jetzt sprechen Bloodwise Brün Straubing Äh Erz Liga Und Alto Palatino So Sehr schön Wunderbar Hier noch schönes machen Das ist auch teuer alles Aber stehen wir Das können wir uns leisten Moment Achso Achso Da kriegen wir keine mehr Das ist gut Das revolutionäre Dingens Könnten wir auch noch Der Gelegenheit Mal schauen Wollen wir das machen Wie schaut es in Württemberg aus Memmingen Wäre auch noch eine Idee Jetzt mal da hin Darunter Auch Da hin Da hin Jetzt mal die ganzen Truppen Wieder so rühren Aha Hallo Ach Das sind ja schon wieder Irgendwelche Nationalisten Das ist nicht schön plug Wir weisen noch eine 60 Nummer wir weil wir das sind das und dann das die das wir passt. Dann könnten wir hier mal die nächste Tag machen. Sehr schön. Welche nehmen wir denn? Die Friedrichsinfanderie, würde ich sagen. Und hier die Calubinary. Eigentlich egal, weil wir ja eh Kinema haben. Dann noch ein bisschen konvertieren. Das mal abrechnen. Ich würde das gern Geld mal gern sparen. Die kleinen Rebellchen. Wir müssen eine Koalition drin. Angreifen würde der Schottland drüber. Ultrasaxen ist Skandinavien. Dann warten wir da auch noch ein bisschen. Ich ziehe es doch mal hier zurück. Danke. Oh, Frankfurt ist da auch noch ganz einsam. USA, Hamburger Niederorten. Könnte man eigentlich noch weg machen. Ist in dem schon etwas störend, hm? Irgendwann bringst du noch mit? Kein. Ja. Gehen wir da auch mal noch drauf. Dann so noch. Dann so noch. Bagusa. Moment. Ah ja, ist okay. Okay. Sachsen hat Österreicher erbvoll gekriegt. Okay. Von Sachsen. Das ist auch geil. Wow, sah ich dann mal auf. Welche Flotten sind hier übrigens? Nee, das wollte ich eigentlich nicht, wollte die da gerne und die da, dann macht die mal Stopp. Und du auch. So jetzt nochmal. Du gehst da hin, du gehst da hin. Jetzt passt es. Sehr schön. Ist das noch jemand? Johann Nidoron. Was sind das die nächsten? Oh, ich bin der Nationalisten. Ich liebe es. Wo war noch welche? Hier. Material. Ja, ist okay. Ach, ich wollte ja da die Bündnisse noch machen. Stimmt hier. Das machen wir gleich. Haufen Revolutionäre. Ich glaube, die kommen da nicht durch. Kann das sein? Trat in Spanien. Schon wieder. Ah, ja gut. Ist okay. Willst du noch? Ich habe die Idee schon, oder? Sollte er ja wohl drinnen sein. Kommt er nicht durch. Bremen. Na komm. Hätte ich gern. Mach's nicht? Schade. Na komm. Jetzt verlieren die oder was? Da los. Na die Narven als Kontrolleur der Kurier. Ist ja auch nett. Sehr schön. Ragusa ist dann auch mal endlich weg. Jetzt müssen noch diese blöde Festung da fallen. Mit den Hamburgern. Ach, das war's schon. Ok. Na? Ja. Sehr schön. Kriegsportion. Äh. Rekunenbeserven. Da läuft's. Dann müssen wir noch hier unten das Ding und dann haben wir's. Wenn sie denn mal da sind jetzt. Oh, Greta ist fein. Nee, Griechenland ist das. Das sind bestimmt ein paar Ansprüche, ja. Allerdings. Was? Schon wieder Nationalisten. Ah, hier unten sind auch noch Welte, sehe ich grad. Darauf sollten wir uns auch mal drum kümmern. Ist eine Militärkoalition. Ach, hier hat man noch. Rebellen. Naja. Schon besetzt? Nee. Was haben wir noch? Nürnberg. Das ist aber teuer. Das Hobby. Aber ist okay. Doch, der Hamburg hätte ich schon rausgenommen. Anscheinend doch nicht. Einfach alles nehmen. Geht das? Ja. Sehr schön. Wie schaut's denn da jetzt aus? 41 Prozent. Ja, passt. Ist das eine Cameraman von dir? Nö, ne? Nee. Einen. Komplett. Dinam. Anscheinend. Ich bin halt bald. Eigentlich mal an die Tier. Wie schaut das aus? 78 erst. dieses dauerlose noch ein bisschen na kaitos zeltner ist schön sie gerade könnten wir hinten noch so aber jetzt geld brauchen wir ja nicht sehr schön und wieder ein bisschen mehr geht nicht weil ich nicht genug habe okay auch rebellen kommt ihr denn her welche flotte ist das die da das ist darüber schon da machen wir schon auf 200 hamburg und marincin ja ok als teuer jetzt wollten wir noch die drei bündnis partner wenn hier ein bündnis machen dann hier und mit die noch fast geht nicht mal und zu den gern so könnte man die man noch subventionieren war doch so war es da 3 alias 50 prozent land und verbinde den die einnahmen da fulbe hat nicht allzu viel gott habe ich viel einnahmen scheiße nicht nur ein fulbe hat ja da brauchen wir nicht viel das passt schon müssen wir warten oder bis den neunten ganz schön ganz schön So, das sollte reichen, oder? Ja, so funktioniere, meine Liebe, sehr schön. Hätten wir das auch? Ansonsten war es das, mehr kann man nicht wirklich machen. Blackjack, da waren wir 21 Länder, mindestens 5 Städten. Mhm. Mhm. Sehr schön. Mhm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020